Jetzt habe ich Hunger auf Toast. Was ist los? Sag mal, hast du den in letzter Zeit gesäubert? Schau ihn dir an. Der ist Gold. Er glänzt, der sieht doch noch sauber aus. Ja, von außen schon. Aber ich meine, von innen. Hast du den da in letzter Zeit mal sauber gemacht? Von innen? Was soll er groß sein? Ich denke mal, da sind allerhöchstens ein paar Krümmel drin, aber mehr auch nicht, oder? Ah, okay. Was ist das denn? Ah, schau mal, da hat sich unser Hamster Freddy versteckt und er ist tot. Weißt du, ich habe da echt keinen Nerv mehr drauf. Immer mache ich die Wohnung sauber und du? Du verdrückst dich im... Na, klasse. Und da ist er wieder weg. Dann esse ich halt alleine. Hä? Kannst du bitte aufhören, den Toaster so zu schwingen? Wer bist du und was machst du in meinem Toaster? Ich? Ich lebe schon lange hier. Meine Gattung ist im Zuge der Elektrifizierung Ende des 19. Jahrhunderts durch vielfältige Chromosomen mittels der verschiedenen Bakterien, die durch Lebensmittel in der Metalligierung unter der Wärmebehandlung im Toaster entstanden. Seither führen wir hier ein einsames Leben. Im Schatten der Menschen... Aaaaah! 攣